Menschliche Medizin ist was einfach uns fehlt. Wir haben eine viel zu engstirnige und fokussierte Betrachtung. Das heißt, wir müssen uns öffnen für die vielen Möglichkeiten, die es im Prinzip in der klassischen Schulmedizin, aber auch in der Parallelmedizin gibt. Das Besondere an diesem Kongress ist, dass eigentlich die Ausrichtung auf ein gutes Miteinander, auf Kooperativität ausgelegt ist, dass sehr gute Leute sind, die eigentlich sich Gedanken gemacht haben, als Pioniere unterwegs sind und hier sammeln sie sich. Und einer allein überlebt heute schlecht, aber wenn wir uns zusammentun, ist das Besondere, dass eigentlich Freundschaft entstehen, Forschungsprojekte entstehen, dass man merkt, auch die anderen sind auf einem guten Weg. Und die Botschaft würde ich bezeichnen als Geburt einer ansteckenden Gesundheit und einer intelligenten, weit reichenden Forschung. Das Publikum macht mir einen besonders interessierten Eindruck. Es ist wohl eine Selektion von Ärzten, Ernährungsberatern, Heilpraktikern, die sich für solche Themen insbesondere interessieren. Und ja, ich bin sehr angetan über dieses hohe Interesse. Also ein Kongress sollte eigentlich immer eben so eine Plattform für Austausch sein, nur ist das eben selten der Fall. Und an diesem Kongress ist das in vorbildlicher Weise der Fall. Also es wird nicht auf ein Thema reduziert und dann hört man praktisch 20 Vorträge zum gleichen Thema, sondern es ist wirklich ein breites Spektrum von Themen, die sich untereinander perfekt ergänzen. Was ich hier besonders gut finde, ist, dass die Leute schon mit ordentlichem Vorwissen an den Stand kommen. Also ich selber bin als Aussteller hier. Stellen gute Fragen, stellen gezielte Fragen, gehen in die Tiefe, sind interessiert. Ja, man merkt einfach, dass hier schon ein ziemlich großes Maß an Vorbildung bei den ganzen Besuchern vorliegt. Also die Veranstaltung hier in Frankfurt finde ich sehr gelungen und dafür besprechen ja auch die ständig steigenden Zuhörerzahlen. Und wenn ich sehe, dass der Hörsaal heute sehr voll war, ist das für uns natürlich toll. Und wir freuen uns, dass diese Thematik Demenz und was können wir tun, doch natürlich auch wissenschaftlich so bearbeitet wird und guten Zuspruch findet. Weil das ist ja auch etwas, warum wir diese Sachen machen, forschen und versuchen hier der Allgemeinheit Optionen aufzeigen zu können. Allein wenn ich schon sehe, wer dort als Speaker auftritt, allein wenn ich sehe, wer dort im Publikum sitzt, wir können aus den Möglichkeiten hier wirklich gemeinsam viel, viel mehr entstehen lassen. Das war natürlich auch schon direkt zu erkennen nach meinem Vortrag. Ich wurde da von wem auch immer angesprochen. Das ist ein Thema und ich glaube, dass hier so eine Initialzündung durchgeführt werden kann, wenn wir verschiedene Kompetenzträge integrieren und das vor allen Dingen in die Umsetzung. Warum ich glaube, das Potenzial ist unfassbar groß. Ich muss sagen, ich habe nicht mit so vielen interessanten, wirklich interessanten Beiträgen gerechnet. Und ich finde hier für das Geld, was hier bezahlt werden muss, kriegt man wirklich einen großartigen, ganz großartigen Gegenwert. Also ich bin echt begeistert von diesem Kongress. Muss ich wirklich sagen. Der Gegenwert besteht in Information Transfer. Also ich gebe hier etwas durch meinen Vortrag. Ich bekomme sehr viel durch die anderen Vorträge wieder zurück. Da bin ich sehr dankbar dafür. Hier lernt man in kürzester Zeit das Allerwichtigste. Also Sie könnten sagen, wir könnten auch ein Buch lesen. Aber hier haben Sie das Wichtigste in Kurzvortragsform. Ich finde es locker. Ich finde es toll. Es ist perfekt organisiert. Ich bin richtig begeistert. Die Stimmung ist das Highlight. Das ist so ein schöner Kongress, der interdisziplinär stattfindet, wo keiner den anderen belehren will, wo Heilpraktiker, Ärzte, Patienten, interessierte Leute alle zusammen überlegen, was können sie tun für die Gesundheit. Es geht nicht um Krankheitsbekämpfung, sondern um Gesundheitsförderung. Und das finde ich sehr, sehr schön. Moderne Medizin ist heute extrem fachübergreifend und braucht unglaublich viele Player, die am Ende eben dafür sorgen, dass der Proband oder der Patient, der kommt, einen Benefit hat. Es kommen sehr viele Inputs natürlich auch aus Disziplinen wie dem Leistungssport, wo wir heute viel lernen können. Und dieser Input ist am Ende, wenn man ihn runterbricht, von der Wissenschaft auf die Anwenderseite, eben ist das, was wir brauchen. Nämlich, dass Dinge einmal gesichert sind, aber auf der anderen Seite einen Benefit bringen für denjenigen, der es anwendet. Also, dass er gesünder ist, dass er sich besser fühlt. Mein Erlebnis ist eben tatsächlich, dass die Vortragenden alle ein unglaublich großes Commitment haben zu dem, was sie dort machen. Also, es ist eben nicht nur ein Thema, das sie sich raussuchen, über das sie halt referieren, weil sie als Referent eingeladen sind, sondern sie leben das, was sie tatsächlich vortragen. Und das macht es aus, Authentizität. Das ist das, was in menschlicher Medizin eben gebraucht wird, dass derjenige, der es macht, das auch lebt und diese Begeisterung auch mit den anderen Menschen teilt. Ich bin das erste Mal da und Herr Gröbe und Herr Spitz machen das ja schon sehr lange und sehr gut. Und das Thema ist so interessant, dass wir immer wieder sagen müssen, ja, kommt hier zu diesen Kongressen, bildet euch weiter, nehmt auch mal vielleicht mal andere auf, vertretet mal andere Auffassungen, lernt mal dazu und macht das nicht nur mal pharmazeutisch. Ich komme aus Marburg, ich bin Medizinstudent. Ich interessiere mich schon lange für alternative Medizin und wie man auch Leistungen optimieren kann, sei es von Sportlern oder geistiger Kompetenzen. Super fand ich, dass man einfach so viele Leute kennenlernt, die gleiche Interessen haben und in eine ähnliche Richtung denken. Ja, ich bin das erste Mal hier und hat mir richtig gut gefallen. Ich denke, werde auch nächstes Jahr kommen zu dem Thema. Es gibt einen Ausblick für das nächste Jahr. Wir hoffen, dass wir uns nicht verheben daran, aber wir haben ja Themen gewählt, die immer breitere Basis hatten, die immer brisanter sind, so wie das Alzheimer-Thema. Und wir haben uns überlegt, für das nächste Jahr das Thema Krebs zu nehmen, weil in den Datenbanken, den Basis-Datenbanken der Wissenschaft sich ganz klar abzeichnet, dass auch der Krebs eine Stoffwechselerkrankung ist und kein genetisches Problem. Das Neue kommt nie aus den etablierten Kreisen und es braucht Zeit, bis die Saat aufgeht. Aber wenn sie aufgeht, ja, dann das berühmte Zitat, es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich glaube, die Medizin der Menschlichkeit, ja, die Zeit ist gekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.